ist doch echt die nicht zu fassen warm-up mache ich einfach nur den größten müll mit die diegel oder so und er setzt sich in die ecke und wartet schon lange auf doch nicht wir warten jetzt schaut einer ist vom pitt ja okay aus finland kommt ja ja mach mal langsam ja da kommt jetzt eben wieder ein smoke lang kommt nichts ich schmeiße es in der fake flash und es ist keiner da ja ich kassier wieder ein headshot ich geb dem 7 und 2 und er gewinnt mit 11 und 5 400 millionen spots lächerlich ich war so drauf hat sogar blut im gewicht 65 in fünf gutes spiel heute macht mich das richtig tilts gehen ja eben die smoke ab in der eco anti eco ich glaube ich unter dem balkon lander ist bestimmt lang gewesen ursprünglich mal da geht apps rein das entplänt jetzt hier ok ok danach hör ich auf aber das wird keinem noch mal auf die scheiß ja weil eco ist doch immer gute eco ja dann kommt der so dumm um die ecke gesneakt city map ja das stimmt aber jeder rennt grad nichts mehr komm wir warten erstmal deren dämlichen smokes ab come on come on let's go come on come on let's go oh einer ist War ja das? Nö, keine Ahnung. Ich dachte schon, ich hätte was gesehen, aber das war ja, glaube ich, nicht. Nicht, dass der jetzt hier über Apps irgendwie reinkommt. So, was machen wir? Er war tatsächlich leider in der Bibliothek. Wo ist der andere? Ist eine Ahnung? Schön. Brauche ich nicht zu haben. Nein, war ein bisschen Standardposition. Wollen wir beide über Langpushen? Können wir machen. Da kommt jetzt wieder eine Smoke, ne? Egal, ich flasche einmal, dann gehen wir einfach durch. Ich check direkt, ob er wieder da drin ist. Jetzt von hinten kommen, ne? Fröschenbebe. Nee, noch keiner da. So, dankeschön. Pit! War eigentlich drauf wieder mal, aber egal. Schön. Mach mal lang. Ja, können wir mal versuchen. Ich meine, die hatten jetzt eine Eko. Er macht mich blind. Ey, so eine Lucky. Bitch. So. Ich weiß, wie was war da draus? Findest du schon raus? Ich gehört. Bestimmt Shot oder Apps oder so. Oder er geht lang aus, Norden. War das jetzt? Hier oder da? Shot. Schön. Schön, 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 schön. Komm, es muss mir liegen. Legen, legen, legen. Jetzt mal schaut. Der Puls. Okay. Ja, macht mir auch noch 40 Damage. Ja, ich drehe mich weg und dann kommt er. Ey, weil was für einen Lack muss man dann haben? Weißt du, ich sag so, ja, komm, geh nochmal schaut. Boom, kommt der mit Räser. Guck mal, der hat einen 5-Welping, der Typ 5. Wohnt der auf dem Server oder was? Ja, das ist, äh, ja. Trott mir mal. Jo. Und tschüss. Sehr schön. Der war hier im Hausmeister, ich hab's in Schatten gesehen. Ups. Na, komm, schreib ich mal gut auf. Gut, half yourself, man. Hast du gehört? Heute hat Bayern verloren. Guckst du dir Fußball an? Nein, nein. Nur Weltmeisterschaft. Doch, nur wenn du in Deutschland spielst, sonst juckt's mich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls, Bayern verliert nie. Oder einmal im Jahr oder so. Ja, das weiß ich, dass die sehr gut sind. Ja, die gewinnen für immer. Lang pusht einer. Einer Short. Er pusht mich, er pusht mich. Jo, Short holt mich. Ey, kein Backup hier von dem Mate. Der Mate macht das. Zwei Mega reingelagte, egal. Okay, abstauben hier. Egal, Mann. Kill, kill. Es gibt kein Lack in diesem Spiel. Äh. Was steht auf meiner USP? Ich hab da so ein Sticker drauf. Irgendwas. Lack zu skill oder so. Lang ist noch keiner. Da auch noch keiner, dann sind die in Apps rein. Dann sind die safe in Apps rein. Ne, noch am Augenblick. Noll. Lass zurückziehen, zurückziehen. Ach ja. Dass wir da nochmal in Führung gehen bei dem Game, hab ich nicht gedacht. Ja gut, die haben jetzt gleich Waffen, ne. Also ich kaufe jetzt mal lieber irgendwas. Wollen wir beide lang? Und dann... Ne, ne, ne. Ich schmeiße eine Brandkanade rein. Mach uns bei Short. Können wir nicht direkt durch. What? Er ist Shot, 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 Shot. Rein gepusht. Ey, der war doch... Ey, der Typ. Durchgegangen. Ja. Also das musst du dir irgendwann mal angucken. Ich meine, das wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern können an dieses Match. Ich meine, das kommt, vergehen Wochen. Aber das war ein krasser Shot, den er aus der Drehung einfach beim Laufen mir gegeben hat. Hast du reingefasst? Ja, ja. Ja, sorry. Okay. Lange ist schon wieder einer vorne. Ich zieh mich zurück. Vorsicht lang kann kommen. Vorsicht. Nein. So eine Lackgeburt. Ohne Witz. Ich treff mit der Diegel irgendwie nicht mehr. Wollen wir nochmal nach draußen? Ich hab Witz-Eco gemacht. Ja, ich meine, die holen jetzt die siebte Runde. Eventuell. Ja, eventuell. Verstecken statt einfach, ohne Witz. Sollen sie mal kommen. Ja. Wer hüpft auch so behindert mit einer OMP um die Ecke? Ja, ich krieg gleich ein. Alles klar. Hast du gesehen, ne? Ja gut, vielleicht kann man ja irgendwas von dir gesehen haben, weiß ich nicht. Ja. Wirklich. Ich würd sagen, die beste P90. Also, ich spiel jetzt absolut safe. Die kann mich mal in den Stimmschutz hier rein. Erstmal, dass ich das mache. Mal gucken, ob die es raufen. Nein. Langkomm, langkomm, Vorsicht, langkomm. Die Deckung. Ja, die beste P90 Deutschlands hat sich geopfert. Was schlägt dir? Du kriegst die AK. Oder willst du die P90? Ach egal. Spiel du mal AK. Ja. Jetzt hast du nichts. Ich dachte, du wolltest mir noch was legen. Nein. Ja, komm ey. Ey, der Typ geht mir so auf die Nüsse. Gut, du. Hi, eh. Mein. Schade. 60 und 2. Dieser Illness, ne, der geht mir so auf den Sack. Er geht die ganze Zeit nur short durch. Und gibt mir irgendwie ständig. Jede Runde, ey. So lang kann gerade nichts kommen. Alles klar. Okay, das war jetzt komisch. Ich stelle mich in die Ecke rein, das erste Mal, ja, und ich fresse direkt eine Nade minus 50. Aber so direkt. Ich stehe immer noch im Spawn, also einer zumindest ein Zoomter mit einer Sniper. Ich sehe nichts, short oder so. Dann ist auch noch nichts, die warten ab. Vielleicht Eps. Einer short. Kurz gehitet. Ich stehe immer noch in der Ecke. Hab einen, um bis dahin. Einer. Ich hab ja noch einen Unentschieden rausgeholt. Oh mein Gott, ey. Absolut lustlos. Aber noch ein Unentschieden. Yay, ich hab auf dem Server die meisten Facts. Yay. Richtig krass. Ach. Ach, ja, ja. Wieder Klobels, ey, mit diesen scheiß Klobels. Echt, können wir nicht endlich mal gegen Gold noch was spielen? Naja, ist schlimm. War immerhin noch ein Unentschieden. Und dann auch noch ein Unentschieden. Bei mir kommt noch ein Unentschieden. Ja.